So Leute, im heutigen Video habe ich direkt ein paar Sachen mitgebracht, über die wir uns unterhalten müssen, denn jetzt zum Wochenende hin haben wir ein paar signifikante Entwicklungen für Krypto und auch für die traditionellen Märkte. Aus diesem Grund bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und es ist Freitag heute, wir gehen ins Wochenende, was bedeutet, dass die traditionellen Märkte heute Abend schließen werden und dann erst Sonntagabend wieder die Futures Märkte öffnen. Im Moment kann man also sehen, dass Bitcoin, wir haben hier so ein kleines Pattern, wir gehen nach unten und man kann ganz ehrlich sagen, es sieht aus wie ein Descending Triangle, die normalerweise öfter als nicht nach unten durchbrechen. Das Einzige ist einfach nur, dass wir unterhalb dieses Dreiecks ziemlich stark Unterstützung haben, zwei verschiedene Unterstützungslinien. Deshalb, wir müssen mal abwarten, ob wir heute oder morgen höchstwahrscheinlich, da werden wir entweder nach oben durchbrechen oder aber nach unten durchbrechen. Seitdem wir allerdings nach unten zu dieser Unterstützung bei 27.200 gegangen sind, haben wir erst einmal einen schönen Bounce gesehen. Und jetzt gerade kann man sehen, dass die obere Unterstützungslinie uns unterstützt hat bei ungefähr 27.370 Dollar. Bitcoin zeigt also momentan einige Anzeichen von Stärke. Die Tatsache alleine, dass wir zur zweiten Unterstützungslinie gegangen sind, dass wir diesen Bounce gehabt haben. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch gewisse Zeichen von Schwäche, dass wir die ganze Zeit lauer heiß machen, diese nach unten gerichtete Trendlinie haben. Das ist also eine interessante Sache, die wir weiter beobachten. Wie gesagt, heute oder morgen werden wir höchstwahrscheinlich das Breakout bekommen. Und da müssen wir natürlich abwarten, in welche Richtung das gehen wird. Es gibt allerdings heute eine ganz, ganz wichtige Sache, die eben genau diese Richtung beeinflussen könnte. Die traditionellen Märkte, die bewegen sich seit gestern mehr oder weniger seitwärts. Also zumindest kann man sagen, dass hier nichts Außergewöhnliches passiert ist, auch wenn wir ein bisschen gedroppt sind. Der Drop wurde allerdings sofort wieder aufgekauft und dann sind wir weiter seitwärts gegangen. Jetzt gibt es allerdings, wie ich gerade schon erwähnt habe, etwas richtig Großes, was heute passieren wird. Da kommen wir gleich nochmal zu. Doch vorher, falls ihr Solana haltet, ungefähr 372 Millionen an Solana sind tatsächlich heute geansteckt worden. Und die gehören zu A6TC und Alameda, die ja jetzt die Konkursmasse von FTX und Alameda sind. Und wir wissen natürlich, dass sie versuchen, einige Kryptowährungen zu verkaufen. Wenn sie also Solana halten oder falls ihr Solana haltet, so, dann seid auf jeden Fall vorsichtig damit, denn höchstwahrscheinlich werden die eher früher als später verkauft werden. Kann man den Bullenmarkt rechtzeitig erkennen? Gute Frage, denn wenn man den Bullenmarkt timen kann, wie viel profitabler wäre das Ganze? Wenn ihr während eines Bull- oder Bärenmärktes akkumulieren würdet, während eines Drawdowns, wo besteht der Unterschied? Naja, die Daten zeigen uns, dass wirklich die Renditen, wenn man während einer Seitwärtsbewegung akkumuliert, sind ungefähr das gleiche, wie wenn man es in Bullenmärkten macht und wenn man es in Bärenmärkten macht. Ich zeige euch das mal. Jeder dieser Punkte steht für einen Monat in einem Bärenmarkt am unteren Ende und in einem Bullenmarkt am oberen Ende. Dann kann man jetzt hier sehen, jeden Monat, wie viele Gewinne hätte man dann gehabt, also bei dieser Skala. Während der Bullenmärkte kann man also sehen, dass wir Drops von fast 45% gehabt haben, 45-50% und ja, natürlich, während Bärenmärkte sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger, noch ausschlaggebender. Ich meine, hier bei Ethereum sind wir ja sogar noch ein bisschen weiter nach unten gegangen, also weiter als 50% diese Liederlinien. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall an diesen Punkten sehen, als kleinen Überblick, dass die Gewinne mehr oder weniger gleich sind, egal ob ihr im Bärenmarkt oder ob ihr während des Bullenmarktes akkumuliert hättet. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall mal berücksichtigen sollte, wenn man über das Timing des absoluten Boden für Bitcoin nachdenkt. Dann heute, später noch, da wird Joe Biden eine Rede halten und ich spreche da wie gesagt gleich nochmal drüber, doch vorher, Justin Sun hat gerade 20.000 Ethereum im Wert von sage und schreibe 33 Millionen Dollar von Legal Finance abgehoben und die dann in Binance eingezahlt. Also, Justin Sun verkauft hier potenziell einige beträchtliche Mengen von Ethereum und drückt so natürlich den Ethereum-Preis noch weiter nach unten. Zumindest sieht es danach aus. Warum sollte er denn überhaupt Ethereum verkaufen, wenn er Milliarden an Dollar hat, was er ja behauptet? Hm, naja, man kann das natürlich auch mehr oder weniger überprüfen, wenn man sich seine Adresse anschaut. Also, um ehrlich zu sein, ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber das ist zumindest das, was momentan passiert. Wahrscheinlich hat er diese 20.000 Ethereum sogar schon verkauft, vielleicht auch nicht, aber warum sollte er die dann auf Binance einzahlen? Also, definitiv mal eine Sache, die man im Auge behalten sollte. Dann heute, später im Laufe des Tages werden auch noch die Job-Reports veröffentlicht. Kurz danach wird Joe Biden eine Rede halten, also das wird ziemlich wichtig, denn die große Frage ist, was er da sagen wird. Das Ding ist nämlich, dass er bekommt diesen Report, also diesen Bericht, schon viel, viel früher, als er überhaupt veröffentlicht wird. Das bedeutet, er hat ihn vorher gesehen, er hat ihn vorher gelesen und er hat gemerkt, es gibt da drin etwas, was er unbedingt nochmal zur Sprache bringen muss, weshalb er eine Rede halten muss. Das bedeutet, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Zahl der Arbeitsplätze die Erwartungen übertrifft? Das bedeutet, er könnte was sagen wie, schaut mal Leute, die Wirtschaft ist immer noch super stark, obwohl wir Inflation bekämpfen und was nicht alles. Das Ding ist nur, die Fed möchte ja genau das Gegenteil sehen. Die möchte sehen, dass die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Die möchten sehen, dass das, ja, eben genau, dass die Wirtschaft schlecht läuft. Das könnte sich also negativ auf die Märkte auswirken, wenn der Arbeitsmarktbericht positiv ausfällt. Vielleicht will Joe Biden auch deswegen sprechen. Und ihr dürft nicht vergessen, vor ein paar Tagen haben wir einen weiteren Wirtschaftsbericht gehabt, der veröffentlicht wurde, was auch nicht gewesen ist, was die Fed gerne gesehen hätte. Und das war der Zeitpunkt, wo wir diese fette rote Kerze bei den traditionellen Märkten gehabt haben. Das bedeutet, eventuell, wenn wir schlechte Nachrichten sehen und, ja, was heißt hier schlechte Nachrichten? Schlechte Nachrichten, wenn man ein Investor ist. Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten natürlich für die Wirtschaft. Aber als Investor möchte man unbedingt, dass die Wirtschaft schlecht läuft. Man möchte, dass die Leute ihre Arbeit verlieren, weil das wiederum bedeutet, dass die Märkte nach oben gehen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Fed die Zinssätze senkt und so weiter. Ja, ist eine verrückte, verkehrte Welt. Aber so sieht es nun mal aus. Wenn wir also das sehen, was die Fed nicht sehen möchte, dann könnte es sein, dass wir bis auf 4.237 beim S&P 500 fallen. Lasst uns also auf jeden Fall darauf achten. Doch ihr dürft nicht vergessen, es ist schwer zu sagen, was Joe Biden nach dieser Sache sagen wird. Weil es gibt momentan überhaupt keine Anhaltspunkte dazu, wie dieser Bericht ausfallen wird. Außerdem, was sollte er denn sagen, wenn die Wirtschaft schlecht ist? Wird er dann eine Ansage machen und sagen, ja, die Leute verlieren momentan ihre Arbeit, das ist schlecht. Darüber streiten die sich hier auch. Was wird er sagen, wenn wir ganz schlechte Nachrichten haben? Warum sollte er darüber sprechen möchten? Also, ganz, ganz interessant. Höchstwahrscheinlich werden wir also ein paar ziemlich starke Wirtschaftsdaten, die höchstwahrscheinlich oder möglicherweise schlecht für die traditionellen Märkte und entsprechend auch für Bitcoin sein könnten. Diese fette rote Kerze, die wir für die traditionellen Märkte gehabt haben, hat sich allerdings gar nicht mal so stark auf Bitcoin umgeschlagen. Da sind wir trotzdem mehr oder weniger seitwärts gegangen. Also, vielleicht haben wir da noch einen kleinen Funken Hoffnung. Nichtsdestotrotz, achtet darauf. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Sache. Der Preis für Orangensaft ist tatsächlich seit 2020 um 315% nach oben gestiegen. Sage und schreibe 315%. Das ist echt krass. Ich meine, merkt ihr den Unterschied beim Preis für Orangensaft? Trinkt ihr normalerweise Orangensaft? Lasst mich das mal im Kommentarbereich wissen. Also, ich kann auch, ich denke mir, dass das wahrscheinlich in vielen Teilen der Welt anders sein könnte. Aber, hey, ich persönlich mag Orangensaft, deshalb hoffe ich, dass das sich nicht so weiter fortsetzen wird. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.